Willkommen zu Idleminer Cartoon Ist halt wirklich so ein Idleminer Cartoon, ne? Ich meine, wir gehen in einen Schacht runter, dann bauen wir im Schacht ab und dann wird die Sachen wieder hochgebracht. Also, genauso wie Idleminer. Also, ich meine... Gut, ich meine, wer das Spiel nicht kennt, der sollte danach auch gar nicht suchen. Oh, das Spiel ist scheiße. Wobei... doch das ist scheiße. ClickerHew ist besser. Bei weitem besser. Leider wird ClickerHew nicht mehr aktiv entwickelt. Nur gut, bei Idleminer weiß ich auch nicht, ob Idleminer aktiv entwickelt wird. Auf jeden Fall steht bei Idleminer einfach nur eine Firma, der die einfach nur Cash haben will. Bei ClickerHew natürlich auch, weil jede Firma will Cash haben. Aber bei ClickerHew hast du wenigstens so das Gefühl, dass die Entwickler Bock auf das Spiel hatten. Idleminer ist so ein hingeklatschtes Spiel, wo man sich so fragt, so, äh... Ne, du, lass mal stecken. So... Es würde mich halt echt interessieren, wie tief die mittlerweile sind. So... So... Silbersand, yay. Ich meine, so viel Silbersand brauchen wir mittlerweile gar nicht mehr, aber dadurch, dass wir Silbersand halt nur in der Höhle finden, also bis jetzt zumindest, würde ich mal sagen, nehmen wir den auch immer gleich mal mit. Dann müssen wir für den Fall, dass wir wirklich später für irgendwas brauchen, müssen wir den nicht manuell dann erst suchen, sondern haben dann gleich große Mengen da. Schon wieder so viel Eis, oh mein Gott. Ich will sagen, das Einzige, was jetzt noch wirklich fehlt, ist halt große Mengen an Mese und vor allen Dingen endlich mal Sulfat. Alles andere haben wir mittlerweile echt da. Oh, schon wieder Kupfer. Oh, Meter. Kupfer. So, dann bist du auch schon wieder zu Ende hier. Bam. Das größte Problem bei diesem Rainbow-Ohr-Zeug ist halt wirklich, bei diesen Rainbow-Werkzeugen, dass er halt wirklich peinlich genau drauf aufpassen muss, dass die Werkzeuge nicht kaputt gehen, weil die halt scheiße schnell kaputt gehen. Sobald ihr da einmal vergisst, auf die Anzeige zu achten, ist, ich glaube, garantiert im nächsten Moment dieses Werkzeug auch schon weg. Ich meine, wäre uns ja nicht zum ersten Mal passiert dann, ne? Schade, kein Mese mehr. Na gut. Weiter im Text. Bin ich jetzt richtig? Ja. Aber wir sind schon seltsam. Wir kommen weder auf eine große Höhle, noch stoßen wir irgendwie auf Lava oder sowas. Also irgendwie. Schon seltsam. Ich meine, bei Lava bin ich jetzt ganz froh, dass wir da nicht unbedingt drauf stoßen, weil bei Lava können wir das nicht allzu viel machen. Aber es fällt halt trotzdem schon auf. Oh, naja. Oh, wuuu. Ja, wir haben es geschafft. Eine richtig große Höhle wieder. Geil. Oh, ist das cool. Oh, Rainbow. Geil. Oh, das finde ich klasse. Mag ich. Finde ich cool. Können wir so machen. Auf jeden Fall. Die Leiter ist da. Das heißt, ich muss hier runter bauen. Na, danke dafür. Und hier ist auch direkt Marmor. Das heißt, wenn wir hier aufschlagen, dann richtig hart. Finde ich hart geil. So. Am besten, bevor ich irgendwas falsch mache, mache ich am besten direkt mal in die Tasche. Oh, Rainbow. Oh. Oh, da haben wir uns die beiden Goldhammer, äh, Eisenhammer wohl doch umsonst gemacht. Hallo? Ja, damit. Danke. So. Na, nur guck, 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 guck. Man kann es sein, dass das schon mal wieder ein bisschen hinterhängt. Hier, was ist denn los? Nö. Dem geht's gut. Hm. Salzsam. Verstehe ich mich. Upsala. Ja. Verstehe ich auch nicht. Wir haben eine Höhle gefunden. Eine große Höhle. Höhle. Okay. Wir sind doch tiefer gelandet, als ich dachte. Höhle. Ähm, ich mach mal hier ein paar, obwohl, ne, wir brauchen das Tick doch noch mehr. Oh, doch, wir brauchen noch acht. Digger, als wenn das bemessen gewesen wäre. guckt euch an wie groß das ganze ist guckt euch an wie scheiße das ganze ist eine riesige höhle und das alles gehört mir mein server kriegt keiner ich werde jetzt den privaten stellen alles abbauen wenn ich alles abbauen und erst wenn alles abgebaut ist die gesamte map dann tschechien wieder online so müssen wir nur aufpassen bei so einer großen höhle haben wir natürlich auch wieder erhöhten monster besuch möchte ich jetzt einfach mal so nennen so zuallererst gehen wir richtung rainbow ohr einfach gekostet das hier sind gefährlich aus ok wir können hier lang wie es aussieht ja sehr schön geil geil oh nein 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 ich verschwinden nein ich will dich haben bleiben sie hier oh alter ich muss mich nicht mal hoch bauen ist ja direkt auf sichthöhe ja leck mich doch am geil wenn so gold und dieses mit riel so direkt nebeneinander sind weil das eine ist halt extrem geld das andere ist extrem blau das ist halt immer ultra geil aus dieser art dieser kontrast zumitril alleine die tatsächlich so nur so grau mit blau zwischendrin ist langweilig aber wie wenn er denn in der nähe auch noch gold ist das sieht dann schon von der farbgeschaltung her schon episch aus jetzt habe ich hier die ketze abgebaut eine fackeln mach ich doch so dann würde ich mal sagen unsere erste tätigkeit ist mal ein bisschen ausleuchten einfach mal damit wir hier ein bisschen mehr von monstern geschützt sind beziehungsweise die monster früher erkennen ok ja ja ok wir sind hier relativ unter einem oder über einem loch das heißt wir müssen gucken ob wir irgendwie auf der untere ebene können weil da gibt es die runter da ist die frage gibt sie auf jeden weg den wir einschlagen können gibt es einen rechten pfad direkt fackel weil das ist hier so eine ecke hier spawns halt super gerne monstern wir sind in so einen kleinen dunklen eck was so einen kleinen dunklen winkel das ist der ideale spawn point für monster aber und point zeige ich euch okay geht gar nicht mal weiter glaubt hier ist natürlich abgeschnitten ok voll gefährlich und so ok hier geht runter hier geht runter sehr schön haben wir doch einen eingang gefunden oder oder ein weg gefunden ok die fackeln alle das heißt wir brauchen dann erstmal kohle ja ja genau das brauchen wir danke danke die firma dann so mit riel natürlich auch gerne alter guckt euch das an ok ok so sieht man hell dunkel hell dunkel ja ja die beleuchtungs engine von meintest ein bisschen seltsam und wenn wir taten wieder voll so wir brauchen stöckchen so und warum kohle perfekt so jetzt leuchten wir das gesamte kack hier aus und hoffen dass wir dabei auch ein bisschen mit riel finden die sache verhält ich weiß halt auch nicht wie viel mit riel aussieht also das ohr davon also das was man in der erde oder so findet von daher müssen wir echt die augen offen halten nicht dass wir ein meter monster übersehen ich habe kein schwert danke obwohl ich meine die wollen aber kommen was also die tropen bekommen was er verpiss dich halt ab in die dunkelheit mit dir da gehörst du hin mese gefunden oha oha und fackeln weg ja klar ja ich habe die mese gesehen gott verdammt nochmal aber wie gesagt ich will erstmal ausleuchten damit wir überhaupt mal eine solide grundsubstanz haben oh ein stein monster macht der uns schaden ne der macht uns keinen schaden siehst du macht das eigentlich das mese monster schaden das ist natürlich der vorteil an dieser mese rüstung an dieser rainbow rüstung oder allgemein an der rainbow rüstung ne jetzt ist ja dieses dieses typische diamant syndrom dass sobald eine rüstung so stark ist dass man halt durch monster keinen schaden bekommt dadurch dass der schaden den die rüstung bekommen ja auf basis dessen berechnet wird was man selber bekommt heißt es wenn die rüstung so stark ist dass man selber keinen schaden bekommt hält die rüstung auch endlos lange das heißt man könnte wirklich in der mitte von so einer horde von monstern stehen und würde niemals irgendwelchen schaden bekommen es ist schon ein bisschen witzig ist schon ein bisschen geil finde ich voll geil so können wir von dir schaden kriegen wir kein ist ja nicht nett der welt den gesamten schaden für sich hat er einen schaden oder was ich glaube es ja ich glaube es ja so jetzt erst mal ein bisschen mese abbauen hier bevor wir die zuschauer vom stuhl rennen noch mehr mese die einzige wo ich nicht weiß ist natürlich die dungeon macht aber die sind ein bisschen stärker das heißt da ist die frage ob die uns schaden machen können wahrscheinlich ja weil wir sagt ja natürlich gleich haben die mehr schaden und vor allem haben die auch ein haben die auch aus und flash haben also wenn er so ein explosions schaden kurz um diese zeit viel stärker machen viel mehr schaden und damit könnten die hat auch in dem bereich liegen die man den dort trotzdem spüren der tage das heißt da müssen wir aufpassen die können wir genau auf das was ich abholen wollte so ist mittlerweile meine rüstung man jetzt wird auch schon wieder kaputt scheiß die wandern außerdem ist meine nahrung alle habe ich doch eine die ja akt akt noch ein bisschen puffer hat ja die hat noch ein bisschen puffer so dann würde ich mal sagen ich komme hier noch ein bisschen ab danke und jetzt vor allen dingen aber hinten das mese abbauen hier das hier ok mehr gibt es nicht scheiße ich bin jetzt auch schon fast weg das ist auch nicht wahr sein na gut müssen wir jetzt mal wieder nach oben gehen jamma jamma schade ach so halt nein halt scheiße stopp ich wollte ja wir wollten ja erstmal doch wieder spitzhacken bauen da wir zu massig viel äh nächste wo es da wieder haben ne das heißt ich kann die spitzhacken doch tatsächlich einfach aufbrochen das ist aber schön so dann machen wir mal danke 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 so zuallererst wenn wir schon mal wieder hier oben sind na du ok ich räume jetzt mal mein inventar aus ach du war doch richtig ich schon wieder jetzt die rucksäcke 1,2,3,4,5 ach komm hier her damit so ich meine für die für den durchgang könnte jetzt sein dass die blätter nicht mehr ganz reichen dafür aber egal dafür haben wir danach richtig schön scheiße viel clean stone das heißt dann können wir in einen wusch das gesamte lager das gesamte lager hotel bauen dafür dürfen wir jetzt mittlerweile echt genug clean stone haben davon gehe ich mal aus oder an das ganze stein weg wieder und dann gehen wir direkt wieder nach unten in die höhle so zukunft nach da ach komm hier bam 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 so oh gerade mal 8% gefüllt oh da passt noch ein bisschen was rein Momentchen mal wir haben den clean stone fachen upgrade gegeben warum das denn ich meine so viel clean von wenn wir in der regel nicht ansammeln dass ich da ein upgrade lohnt ach so halt weil ich das fach na gut oder wir haben hier einfach allen von upgrade gegeben das kann natürlich sein stimmt dafür braucht wir das ob die ideale für die upgrade so haben wir noch mehr noch mehr koppeln haben wir nicht dann ab in die höhle in der höhle der löwen das heißt wir haben schon mal eine richtig schöne höhle gefunden dann haben wir jetzt noch naja jetzt noch ein paar minuten zeit und der nächste folge noch mal zeit die höhle auszukundschaften und wer weiß vielleicht finden wir echt endlich mal ein bisschen Sulfat das wäre natürlich ganz geil das schöne bei dem marble jetzt ist das leuchtet halt immer relativ weit das heißt man sieht es auch schon aus naja einer gewissen ferne guckt euch das an alter ist das nicht optisch gesehen geil so wir müssen mal gucken ich würde mir hier gerne tatsächlich eine treppe runter bauen ja gut natürlich die ganze koppeln weggeworfen äh weggeworfen klar da ist da ist da ist da ist da ist mese wow da ist mese wo war der jetzt da war doch jeden grad mese hallo hallo ach da schade mehr nicht so mal gucken wo waren wir wir waren hier gut hier ist auch kein mese mehr schade eigentlich so da machen wir hier davon haben wir noch nicht genug ok in welcher richtung gehen wir weiter ich würde mal sagen wir gehen einfach mal wir ziehen einfach mal wieder kreise also gehen wir zu einem ende ich meine zu dem ende hier leuchten hier ein bisschen aus die sieht ja aus wie Katastrophe doch diese Katastrophe Übung auch noch eins äh das kitzelt hör auf damit so machen wir mal ein bisschen Licht was ist das das war wieder Silber oder Chrom aha da scheint den wohl Google verraten zu hören welchen große ich benutze eine frechheit wie ich den einfach komplett ignoriere ach ja schön ist das eines tages holt er seinen vater und dann kriege ich richtig auf die Fresse hier du hast mein sohn ignoriert ach komm hier ich muss auch noch ab ich bin gleich tot ich korrigiere ist tot so wo sind die andere dinge hin hatte ich mich noch hier ach da so aufs aber da du 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 dankeschön 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 Guckt euch diese schieren Mengen an Material an. So, ein bisschen ausleuchten, ich falle hier unten, ein bisschen ausleuchten, so, uh, ich glaube, ich baue mal hier noch ein bisschen ab. Das Rebellion ist halt mit dem Abbau, wenn man hier abbauen möchte, solange das man mal zum Ende kommt. Man kommt hier nicht zum Ende. Es geht hier einfach mal weiter. Was ist denn hier los? Oh, oh! Habt ihr das gerade gesehen? Ohne ein Video zurückzuspulen? Okay, jetzt sieht es mittlerweile gar schon zerbombt aus. Oh, mal ein bisschen ordentlich machen hier. So, da eine Fackel, da eine Fackel, oh mein Gott, Mitril, Kupfer, so, wir haben hier ein Dungeon, geile Scheiße, oh, ein ganz schön großer Dungeon, kann das sein, das Licht reicht nicht mal bis zum Boden, ähm, das macht mir grad ein bisschen Angst, oh, alter, wie riesig ist denn der Raum, also, man kann's doch überträgen, ne, alter, ist schon ganz schön groß, also, nicht, dass ich Angst habe, aber, irgendeiner doch, eine Kiste, ah, wow, alter, was im großer Raum, holy moly, vor allem hier auch die ganzen Gänge, haben doppelte Breite, das hab ich auch noch nicht gesehen, das scheint also, scheint also wirklich, das ist auch wirklich, äh, in dem Sinne wirklich auch große Dungeon gibt's, dafür haben wir nur drei Räume, okay, kann ja mal passieren, na gut, ich meine, vielleicht geht's hinten, irgendein Abzweig, den man nicht sieht, weil er dunkel ist, äh, werden wir nicht herausfinden, ähm, by the way, die fucken sind schon wieder alle, den gibt's doch ja nicht, ey, doch, das gibt's doch gar nicht, bald geht ihr unser Holz alle, so, wir gehen erstmal wieder hoch hier, äh, kann man nicht hoch, danke, so, wo waren wir, hier, da waren wir, mit Ausleuchten, und Adange Master, so, jetzt bin ich mal gespannt, ob der uns Schaden macht, guck mal her, mein kleiner, hä, lol, der macht uns auch keinen Schaden, ich glaub das nicht, das heißt, wir brauchen ja gar kein Schwert mehr, ha, geil, gut, aber umbringen ist trotzdem eine ganz sinnvolle, ähm, Idee, weil die droppen ja auch, äh, ich finde das einfach keinen Schaden mehr macht, äh, wow, okay, also normalerweise droppen sie wirklich extrem, äh, ne, also mindestens einen richtigen, also so einen richtigen Mäsekristall, oder mindestens den richtigen Diamanten, der jetzt, der hat uns ja gar nichts getroppt, das ist ja ein Witz hier, hallo, was geht mit dem ab, scheiß Sparmaßnahmen hier, ich bin nur froh, dass du, dass es wenigstens Monster gibt, nachdem wir in der Oberwelt keine Tiere spawnen, äh, ne, aber wenigstens in der Höhle spawnen Monster, ist ja schon mal ganz schön amüsant, dass das natürlich wieder funktioniert, oh, Rainbow Ohr, lass mich raus, ich bin Arzt, so, die erste Axt ist dann jetzt auch bald tot, kaputt, Geschichte, und wir haben immer noch kein Sulfat gefunden, das ist irgendwie so traurig, oh, Mese, Oh, genau drumherum, hey, Momentchen mal, kann es sein, dass mittlerweile Fackeln gar nicht mehr verschwinden, wenn da was rauffällt, lol, oh, Alter, ich schwöre, so viel massig Eisen, ne, ey, okay, oh, wo geht's denn hier lang, hä, war die Höhle schon die ganze Zeit da, ja, war eine Funfrage, natürlich ist sie schon die ganze Zeit da gewesen, aber für sich, dass wir sie gar nicht gesehen haben, oha, oh mein Gott, oh mein Gott, eine Mine, eine wunderschöne Mine, oh, jetzt langweilig, wir gehen mal zur Mine, sieht spannender aus, oha, vor allem sieht spannend aus, wie wir da hinkommen, äh, kommen wir da, ach doch, okay, wir kommen rüber, dachte schon, dachte schon, äh, so, dann gucken wir mal, da, da ist direkt eine Kiste, hallo, wow, vier Truppen, okay, viermal Sulfat, wäre mir jetzt persönlich lieber gewesen, aber okay, ach, wie langweilig, Alter, das ist ja, dem fällt hier auch nichts mehr Neues ein, kann das sein? Also, wir sind schon wieder am Verhungern, das verrecken wir eher am Verhungern, als am Monster, oder? Okay. Okay, das Netz scheint ein bisschen größer zu sein. Wir müssen auffassen, dass wir hier nicht verlaufen. Und zu spät. Wo sind wir? Ach, hier sind wir. Okay, da ist der Ausgang. Danke. Okay, jetzt haben wir soweit alles abgearbeitet scheinbar. Mehr gibt es hier nicht zu sehen. Okay, ab wieder raus. Kein Bock mehr. Och, ich will raus. Dankeschön. Yay, geschafft. Da oben röchtet was. Ach du, es ist eine Fackel. Ich dachte schon, es ist noch eine Nyan-Katze. Jutchen. Da haben wir nicht mal Sorge, machen wir erst mal direkt eine Folgenpause. Ähm. Oh, da meint der jetzt. Mann. Das, dass ich meine, dass er erst dann beenden lässt, wenn er die komische Liste da geladen hat. Das ist schon ein bisschen dumm. Aber nur ein bisschen. Das wäre aber ganz, ganz tolle. Jutchen. In dem Sinne, äh, schauen wir uns auch. Und dann military das, was ich mich, bei ihm auch, auf數sten Haft und ist es nicht themed. Aber nur ein bisschen zu tun. Wie lange lösst. Das war dann.